Hi, ich bin Redkilly TheFearth aus dem N.H.R. Äh, ich mach die Adlabs. Wilder hat gesagt, ich soll sagen, Reca ist geil. Keine Ahnung. Wer denkt sich Wörter aus wie Mayonnaisefilet? Ey, so ne Scheiß bring ich zum Kotzen, Stanley weiß nicht, was das ist, aber probieren wird er trotzdem. Jeder Hurensohn hier legt nur peinlich'n Rap hoch und das Turnier wird jetzt auf Wings gedreht wie Lightningheadrap. TNM-Teilnehmer sind echt einsame spitze Huren-Söhne, Tearslip schaffen bei meinem Namen zu lispeln. Ryan, damit der Zwerg wird frech, doch hat nie coole Flows gekickt. Hat deine Mutter vergessen, dich groß zu ziehen? Yeah, kid, unzerstörbar so wie Kim Jong-Un. Es gibt keinen Reim auf Kim Jong-Un. Ihr könnt gar nichts, aber macht hier ständig ein auf tausend Sasser. Ich geh sieg rein aus der Staffel, als wär ich der Hauptcharakter. Du bist nur am Lappen, doch du denkst, du wärst härter. Was willst du machen? Meine Freunde sterben jährlich beim Schwertkampf. Beschwert euch nicht drüber, wenn ich nur oberflächlich Texte schreib. Ich kann nichts dafür, dass ihr so hässlich seid. Bis zum nächsten Mal.